Hallo liebe Freunde von countrymusic24.com. Hier ist der Rainer vom Dienstag und im Rahmen unseres Sendemarathons über den 1. Mai habe ich mit euch ja bei mir im Studio Song Bingo gespielt und wer sich erinnern kann, wer mitgespielt hat, waren doch viele. Hier ist das Bingo-Sheet, das wir hatten und gewonnen hat natürlich die Reihe von unten hier schräg nach oben. Da hat das Bingo zugeschlagen und das ist natürlich hier die richtige Antwort. Es sind natürlich später auch noch ein Bingo gekommen, das war hier quer, das war aber nur das zweite. Das erste ist das hier gewesen und das ging hier von unten schräg oben hinauf. So, viele haben es gewusst und viele haben wir geschrieben auf mehreren Wegen und ich habe hier alle in meiner Lostrommel hier drin, die ich extra ausgegessen habe, meine Lostrommel von diesem bekannten Fluggummihersteller. Und da sind die richtigen Lösungen drin und da ziehe ich jetzt mal eine. Hier, wo stelle ich die hin, dass man das sieht? Hier so, ich mische da noch mal ein bisschen. Ich gucke auch nicht hin. Nicht gucken, nicht gucken, nein. Und jetzt nehme ich mir einen raus, zum Beispiel den hier. Ist das einer? Ja, ist einer. So, einer. Die tun wir weg. Und jetzt gucken wir mal, wer das Bingo gewonnen hat. Gewonnen hat der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Hier steht Klaus-Dieter Weiß. Hier, der Beweis, Klaus-Dieter Weiß. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen. Du hast gewonnen. Und unter den anderen Auslosungen und den anderen losen wir dann noch ein paar Trostpreise aus. Überraschungspakete von Countrymusik24. Ja, Klaus-Dieter, was? Klaus-Dieter, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen beim großen Song-Bingo. Und euch noch weiterhin viel Spaß bei countrymusik24.com. Dein Hören, ihr bei uns, nur bei countrymusik24.com. Bye, bye. Klaus-Dieter.